Hier ist er nun mit einer kleinen Vorstellung, unser Rapido 8066DF auf Alco Fahrgestell mit 4,4 Tonnen und einer Alde Heizung. Angetrieben wird das gute Stück mit einem 180 PS 2,2 Liter Fiat Motor und einem 9 Gang Automatikgetriebe. Wir sind gerade dabei eine Roomtour zu erstellen und zu produzieren, also Kanal abonnieren und die Glocke drücken, damit ihr nichts verpasst.